WTF, was ist da los, brennt es schon wieder? 1, 1, 2... Sie sehen da Flammen, das ist die Werbebeat, ja? Genau. Yo, was geht ihr coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Wir werden heute wieder Wülis üben. Ja, lange ist es her, ich glaube bestimmt 4 bis 6 Wochen, da ich das letzte Mal Wülis geübt habe. Seitdem war ich auch fleißig und habe kein einziges Mal weiter geübt. Wenn ich nämlich eine Sache anfange, dann verbeiße ich mich halt richtig drin. So, dann lasse ich keinen Tag aus und übe, übe, übe. Ihr kennt bestimmt die Typen, die manche Sachen einfach gleich auf Anhieb können. Wenn es um Wülis und mich geht, dann gehöre ich auf jeden Fall zu der Fraktion. Üben wir heute mal ein paar Circle-Wheelis. Das wäre noch was für die ersten 10 Minuten. Wenn wir das denn können, nach 10 Minuten, dann müssen wir schon langsam gucken. Dann können wir ja noch die nächsten 20 Minuten vielleicht noch ein paar Stoppies üben. Ja, und wenn wir das dann können, dann, ja, also länger als eine halbe Stunde wird es auf jeden Fall hier nicht dauern, die Schoße. Ja, dazu fahren wir wieder zu meinem alten Wheelie-Spot. Und gucken mal. Hoffentlich bin ich alleine da. Ich übe wirklich nicht gerne, wenn andere mir zugucken, weil es ist einfach unangenehm, wenn man es nicht kann. Und manchmal fahre ich so die Straße lang und denke mir, oh, jetzt geil, jetzt ein schöner Wheelie. So, ja. Das denke ich mir dann halt auch und fahre noch mal weiter. Und weine denn in meinen Helm rein. Nach Hause duschen, mache mir die kalte Dusche an, hocke mich hin, weine ein bisschen weiter. Ja, genau das wollen wir ändern. So, erster Versuch, Jungs. Bisschen weiter zurücksetzen. Naturtalent. Na, Naturtalent. Da kann man auch echt mal klatschen, Digga. Vor allem, das Lustige ist, ich bin noch schlechter als vor sechs Wochen. Normalerweise werden die Leute ja immer besser, je öfter sie was üben. Ich werde einfach immer schlechter. In mich gehen. Du bist Alpha. Wer ist Alpha? Ich bin Alpha. What the fuck? Was ist da los? Brennt es schon wieder? Brennt es? Nein. Nein, die Müllkäppe brennt. Alarm. Alarm. Digga, zweites Mal hier und schon wieder brennt es. Ach du Scheiße. Ist das geplant? Das soll doch bestimmt da nicht brennen. Ich sollte dir mal Bescheid sagen. Und da sagt er schon Bescheid. Schrottplatz. Oh, wohnen willst du? Bitte fahr mich nicht um. Wissen die schon, dass das brennt? Brennt da. Ja, ja. Soll ich die Feuerwehr mal rufen? Ich soll die Feuerwehr, genau. B.S.R. Recycling, gute Karriere, äh. Guck jetzt hier, am Vorder, ja? 1, 1, 2. Na ja, da fahr mich hoch. Dann muss ich gehen. Ja, ja. Aber erst seit kurzem, seit drei Minuten. Ja, ja. Notruf der Berliner Feuerwehr. Bitte legen Sie nicht auf. Sie werden für den nächsten freien Arbeitsplatz verbunden. Das ist kurz und ausgezeichnet. Was ist das? B.S.R. Recyclinghof? B.S.B. Recyclinghof. Notruf der Berliner Feuerwehr. Bitte legen Sie nicht auf. Sie werden mit dem nächsten freien Arbeitsplatz verbunden. Das Gespräch wird aufgezeichnet. Berlin Fire and Emblem Services. Please roll the line. Notruf der Berliner Feuerwehr. Ist auch keiner da? Sie werden mit dem nächsten freien Arbeitsplatz verbunden. Bis 17 Uhr haben sie offen. Am Vorwerk 3, wa? Genau. Das ist kein Rösser. Ja. Er kommt hier ruf, wenn wir den Wasser ruflösen können. Bitte legen Sie nicht auf. Ich bleib hier. Alles gut. Ja. Das ist das Brief wird aufgezeichnet. Berlin Fire and Emblem Services. B.S.B. Recyclinghof. B.S.B. Recyclinghof. B.S.B. Recyclinghof. Alter. Berlin Fire and Emblem Services. Gucken wir uns das mal hier an. Please roll the line. Notruf der Berliner Feuerwehr. Bitte legen Sie. Ich ruf schon an. Im nächsten freien Arbeitsplatz verbunden. Das Gespräch wird ausgezeichnet. Berlin Fire and Emblem. Ich ruf schon an. Was? Ich ruf schon an, die Feuerwehr. Okay. Ja. Gehen wir da hin zurück, wo du herkommst, B.S.B. Notruf der Berliner Feuerwehr. Ja, wo wir noch was da los war? Ja, schönen guten Tag, B.S.B. hier. Und zwar brennt es am Vorwerk 3, das ist das BSB-Gelände, der Schrottplatz. Äh, wie heißt die Adresse? Am Vorwerk 3. Das ist in... Am Vorwerk, ja? Am Vorwerk, genau. Am Vorwerk 3. Das ist ein Schrottplatz hier. Äh, BSB-Schrottplatz. Äh, da brennt es auf jeden Fall. Äh, wird sie richtig geschrieben wie Am und dann Vorwerk, ja? Mit V, oder wie? V, B.S.B. Verpiss dich, du Hanson! Genau, richtig. Okay. Okay, Nummer 3. Und Sie sehen da Flammen, ja? Ist die Werbebeet, ja? Genau. Sind... Ja. Also ist schon... Wird immer größer. Alles klar, Feuerwehr ist unterwegs, ja? Alles klar, ich danke Ihnen. Tschüssi. So, Feuerwehr ist angerufen worden. Mal gucken, wann die kommen. Ich bleib mal sicherheitshalber hier. Ist das krass? Letztes Mal, als ich hier auch Wheelies geübt hab, hat's da hinten gebrannt. Könnt ihr euch ja bestimmt, falls ihr mein letztes Video da gesehen hattet, könnt ihr euch ja bestimmt dran erinnern. Und jetzt, äh, brennt es einfach mal hier. Vor allem aus dem Nichts. Ich glaube, ich hatte gerade auf mein Handy geguckt oder irgendwie sowas. Wie bitte? Ja. Aber irgendwie brennt es hier öfter. Wie geht das, glaub ich? Also das ist, äh... Du sagst ja jetzt nur diese Geilwesen. Letzten Monat hat sich nicht die Geilbranzen. Das haben wir jetzt erstmal. Hat das jetzt mit Glas oder irgendwas? Irgendwas ist was enger. Mühe, Reichtum oder... Boah, die Flammen werden auf jeden Fall schnell größer. Das ist nämlich alles passiert beim Wheelies üben. Advent, Advent, ein Schrottplatz brennt. Oh, da kommen sie. Oh, da kommen sie alle. Ich hab euch gerufen. Feuerwehr ist schon cool. Ich glaub, die sind am besten dran, wenn die das von hier löschen. Ja. Ich als alter Brandmeister wusste das natürlich. Oh, die löschen schon von der anderen Seite. So krass, wenn so eine Flamme schon so hoch ist. Wie lange das denn dauert, das zu löschen? Ich bring die Schaum rauf. Ja, aber... Hm, sieht aus, als wenn es schneiden würde. Heftig, heftiges Bild ey. Rauch sieht schon geil aus. Und da kommt noch mehr Feuerwehr. Ich will euch mal mit der Maschine wegbringen. Hätte ich trotzdem nicht gedacht, dass das so lange dauert, ein Feuer zu löschen. Naja, Freunde, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Wir haben auf jeden Fall die Feuerwehr gerufen. Haben alles richtig gemacht. Ich glaub, ich musste noch nie die Feuerwehr rufen. Die haben wahrscheinlich jetzt noch einen Bagger da drin, um die restlichen Teile des Haufens, dass der nicht auch noch in Flammen gerät, so ein bisschen wegzuschieben. Macht das wahrscheinlich leichter zum Löschen. Die Armen, die da oben auf der Drehleiter stehen. Komm, mach ich mal hier ein paar Wheelies. Schon fängt alles an zu brennen. Ihr schafft das auch ohne mich. Wollt schon mal ein Schnippel rausholen und ein bisschen löschen. Oh, jetzt löschen sie von oben. Das sieht ja schon ganz schön geil aus. So krass. So viel wie sie da rauf machen. Und es bringt einfach nichts. So. Wir blicken nochmal zurück. So. 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 Was ich jetzt mache, werdet ihr nie erfahren. Also. Bis dann. Coole Wurst raus. Schönen Tag euch allen noch. Bis dann. Tschau.